Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Sims 4. Mein Name ist Dama Rip und ich sehe gerade, was heißt das, ziemlich lecker, wer gegessen hat. Alles klar. Okay, wir hatten hier, glaube ich, beim letzten Mal geendet und haben einiges erreicht. Wir haben erfahren, dass wir jetzt mit einer anderen Dame hier zusammenleben. Wo will ich hin? Hallo? Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Ja, wir haben einiges beim letzten Mal entdeckt. Das war ja auch der erste Part von Sims. Und wir haben erfahren, dass wir, wie schon gesagt, hier mit der Lieben, wie heißt sie? Wie heißt du? Alex zusammenwohnen, wie so eine Art WG. Und da hatte ich ja schon mal beim letzten Mal gesagt, wir müssen da dann unbedingt was daran ändern. Weil ich will unbedingt, dass jeder... Oh mein Gott, wir haben da ja einen Garten, Alter. Als ob... Auf jeden Fall hatte ich beim letzten Mal gesagt, wir müssen unbedingt dann doch mal ein gestöckigtes Haus dann machen. Weil ich dann halt festgestellt habe, dass vielleicht jeder dann so seine eigenen Areas hat. Ich meine, was ist das für ein Bett? Sitzen. Sitzen. Hier sitzen und plaudern. Ne, okay. Okay. So, ich sehe auch gerade, wir plauschen ein bisschen zusammen mit der lieben Alex. Und hier steht noch, probiere das Spiel ein paar Stunden aus, indem du auf Haushaltsobjekte klickst. Oder siehe zu, was dein Sim von sich aus unternimmt. Okay. Wir haben hier unseren lieben Kumpel, der kennenlernt Ratschen. Okay, wir können da mit ihm reden. Wir sollen was mit Hausgeräten machen. Können wir den Fernseher ausschalten? Warte mal. Wir benutzen einige Haushaltsgeräte und so. Was ist das hier? Vom Tutorial deaktivieren? Tutorial deaktivieren? Ne. Nicht verfügbar. Okay. Das haben wir alles noch nicht. Was ist das hier? Ach so, das ist unser Jobangebot. Dass wir morgen beginnen. Okay. Was ist das hier unten? Tutorial deaktivieren? Ne. Tutorial... Inventar? Was haben wir denn da? Ach so, die Geschenke. Okay. Wir haben einiges noch nicht. Muss ich erst mal gucken. Wir sollen noch mit anderen Sachen interagieren. Was, 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 was ist das denn hier? Jetzt ist es schon 18.47 Uhr. Soll ich mich vielleicht langsam mal ins Bett? Einfach... What the fuck? Okay, warte mal. Ihr müsst was machen, Leute. Ihr müsst was machen. Kennenlernt Ratschen. Überinteressantes reden. So, vielleicht wirst du da jetzt... Sims müssen schlafen, um ihr Energiebedürfnis zu befriedigen. Jetzt. Klicke auf das Bett und trage deinem Sim auf, zu schlafen. Dann kann er morgen frisch und ausgeschlafen seinen Job antreten. Glückliche Sims sind bessere Mitarbeiter. Okay, gut. Dann mal schlafen und schlafen. Oh Gott, ich muss beide steuern. Das ist sehr... Warte mal. Das Ding ist ja jetzt... Wir haben ja dem Sim jede... Ja, der trägt auch mein Dings. Das ist so cool. Äh, schlafen. Hier, willst du mal jetzt, oder? Oder zählt das jetzt nur für mich? Weil das ist jetzt natürlich... Ich kann auch vorspulen, sehe ich gerade. Geht's noch schneller? Okay, vielleicht sollte ich anhalten und weitermachen. Okay, gut. Jetzt ist es erst mal 23 Uhr oder so. Okay, gut. Mache ich nochmal weiter. Wann muss ich da zu meinem Job sein? Kann ich auch verschlafen? Hä? Hä? Raus aus den Federn! Dein Sim sollte sich auf den ersten Arbeitstag vorbereiten. Wir haben zuerst... Klicke auf die Dusche, damit dein Sim das Hygienebedürfnis befriedigen kann. Wir haben... Niemand mag stinkende Sims. Wir haben es fucking 4 Uhr, Alter. Ich hätte gerne weiter geschlafen. So, duschen. Duschen! Mädchen, geh duschen jetzt. Alter, die hat ja hier voll die Tattoos. Klicke auf die Toilette, um die Blase deines Sims zu leeren. Wir werden auch nicht hinsehen. Näh! Okay. Ja, also es scheint auch immer noch, dass ich im Tutorial drin bin. Die macht sich erst mal einen schönen Kaffee. Das ist sehr gut. Und jetzt gehst du zur Kaffeemaschine und erst mal schöner Kaffee. Ne? Schöner Kaffee. Selbstsicher. Okay, gut. Oh, ich will den Teppich nicht verrücken. Funfact ist, ich will mir auch noch mal ein Part vornehmen, wo ich mal so eine Roomtour dann mache. Also ich richte das ja dann komplett noch mal alles hier ein. Da werde ich dann auch noch mal filmen. Aber erst mal muss ich überhaupt hier reinkommen in die Scheiße. Ja, und was mache ich da kurz, bevor ich hier an die Arbeit gehe? Kann ich mich noch mal ansehen? Outfit anprobieren, sich frisch machen. Ich würde mich noch mal frisch machen für die Arbeit. Ist ja das Mindeste in dem Sinne. Mach dich frisch, da mal RIP! Jetzt ist es 9 Uhr. Zur Arbeit gehen. Hier. Jetzt sind wir an der Arbeit. Bei der Arbeit. Bis 17 Uhr. Alles klar. So, wieso ist die Scheiße hier mit dem... leeren? Wieso ist das so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie wir das... Oh. Ach so, das ist die Ansicht von außen. Ein bisschen verpackt hier alles, oder? Wenn das ja nicht... Egal. So, wir machen wieder eins runter, weil, wie schon gesagt, wir haben ja noch keine... Keine Möglichkeit, ähm... Was anderes einzurichten. Ach, du meine Frist. Ich komme überhaupt gar nicht jetzt klar. So, warte mal. Ich bin an der Arbeit. Normal arbeiten. An der Arbeit. Okay. Was passiert hier? What are you doing? Mach diesen Scheiß Grill aus und verschwendet nicht mein Geld, Mädchen. Nein. Ich will nicht grillen. Die verschwendet die ganze Zeit mein kostbares Geld. Was ist denn das hier? Kann ich doch nicht. Meine Güte. Zur Arbeit gehen. Mit Alex Kontakt knüpfen. Ähm, machen wir nicht das schon die ganze Zeit? Egal. Kann ich anderem Mies? Läuft hier zufällig gerade mal einer lang? Nee, hier nicht. Ich will mal ein paar vielleicht nötigen, mit mir zu reden. Warte mal. Das kann doch nicht so schwer sein, dass ich überhaupt keinen hier finde, Alter. Oh, sind die ganzen... Da ist jemand. Da ist ein Mie. Da ist... Da ist ein Mie. Da ist ein Sim. Hier. Sim. Lustig vorstellen. Äh, lustig vorstellen. Ja, geil. Das... Macht aber Alex nicht. Unsere Stimmung ist auf okay. Hm. Vielleicht gefällt uns der Job nicht. Mal gucken. Wir haben noch ein paar Stündchen, bis hier irgendwas passiert. Mal gucken. Okay, so langsam... Oh, da ist jemand Neues. Ja, 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 ja. Mehr auswählen. Lustig vorstellen. Grob vorstellen. Freundlich vorstellen. Ja, ja. Du bringst jetzt mir mit und dann stellen wir uns mal ihr lustig vor. Komm. Wer bist denn du, Schatzi? Okay. Wir machen mal die Tür auf. Wie die ersten Gespräche von denen anfangen. Müll. Ja, ich weiß. Was ist denn hier? Mensch, Mädchen. Aufräumen. Alter. Wir verschwenden ja Kaffee wie sonst was. Und auch die anderen Lebensmittel. Hätte die alte hier nicht gegrillt. Ach, meine Güte. Es passiert überhaupt gar nichts Spannendes. Keine Ahnung. Ich kann halt nichts irgendwie machen. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das Kaffee-Ged-Fuck wird mir immer noch angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich glaube, das, was ich jetzt einfach mal mache, ist, ich beende jetzt einfach mal das Spiel hier. Oder Spieloptionen. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Also, das ist das. Das würde ich nicht. Vielleicht beende ich jetzt einfach mal das Spiel und mache dann fang ja nochmal ein neues an. Also, halt, natürlich speichern, aber halt dann weiter machen. Und ich gucke einfach mal. Oh, warte mal. Tutorial beenden. Tutorial beenden. So. Was möchten sie... Was möchtest du machen? Neues Sim zum Haushalt hinzuführen. Spiel fortsetzen. Ein neues Spiel fortfahren. Nein, das Spiel weitermachen. Natürlich. Jetzt wird es doch interessant. Das ist doch jetzt interessant. Ich habe jetzt das fucking scheiß Tutorial... Das Tutorial... Fucking... Beendet! Das ist gut. Ich glaube, das hilft mir jetzt ungemein, weil dann kann ich hier einige Sachen auswählen. Gut, dann werden wir das... Dann werden wir das beim nächsten Mal machen. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, bitte dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal hier. Bitte. Das ist das... Nach diesem Part. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt veröffentliche. Das ist echt, weil es ist ja überhaupt gar nichts passiert. Gar nichts! Ein bisschen was. Das wird ein sehr kurzes Video. Mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin. Ciao! Bis zum nächsten Mal.